so und da geht das wenn hoch okay das heißt ich muss irgendwie eine statu versuchen da herunter zu schieben von dem ding dann sehe ich keine andere möglichkeit bei dem aber kein hochfahren noch mal kreisfeger machen wir so eine sense und multischuss und tschüss 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 nein na gut dann soll angelo mal ein zauberpick was haben wir denn schwupp machen wir so aus mittelmäßigen schaden da würde ich sagen okay vielleicht schläft noch es mich irgendwie ärgern ja komm das noch einmal ist es okay sollten sie vielleicht kaputt sein und nicht immer mich angreifen wenn ich mal darf darf ich ich bin da aufgewacht ja super und dann haut er mich gleich direkt und tschüss alle mann nein nicht alle dann kriegen wir schnell hin ich denke es nur an weiß ich freut mich die leeren sieben punkte natürlich alle da rein so der bleibt erst mal dauerhaft jetzt da ich kann jetzt mit freuden hier lang gehen erst mal gucken was hier ist das wäre andersrum dann würde ich nur darüber kommen nee ich gehe mal hier lang jetzt gehen wir mal schnell herum herum auf jeden Fall ist der typ hier am werkeln und zwei golems schlag zuerst so sicher ist der mit euch denn falsch hier bitte sehr tschüss doch mal ein bisschen spiel spaß und spannung mit den jungs das 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 ja ja schon aus ich hab euch getötet da 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 hier war doch irgendwo eine leiter da okay da 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 ich mich mal amps hostage hier sind die längeren drinnen aber zwar das ist abgeschlossen, ja? ähm, neun Bogen ah, transfer wie viel macht der immer 33 mehr Schaden Jägerbogen, okay, nice ah, du sollst ihn doch verwenden, du Sau benutzen, nein, ach komm ausrüsten, danke sehr naja, so peux's und so das mal so natürlich hey ha 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 if it's not easy I've got more ability to do Kat, du're all right, younger I'm right on you're looking for the Kran spinners ha they've been out of my family for donkey's years I've never even laid eyes on them myself this is what I heard like one of my ancestors put them in a ooh, ha ha Alexander ich würde noch gerne die kiste da holen wollen oder machen wir das ja wir holen sie noch vielleicht kriegen was interessanter ist also gucken wie ich da hinkomme nur ich glaube musiken jetzt runtergehen den einen wieder drauf schieben den anderen runterziehen scheint er da zu sein das heißt ich schieben den runter und erlebende statu na super 52 40 also 92 186 86 239 da ist die auf jeden fall irgendwo noch drunter frage ist es jetzt moment jetzt habe ich das nicht falsch gemacht warte mal warte mal warte mal warte mal hier runter wieder hoch wieder okay so geht es auch so ist besser wieder hoch ich habe keinen bock zu kämpfen machen wir mal das team hier glück haben können wir alle fehler auch kaputt ja nochmal eins zeigt schon an das war der feuer 75 75 ist ja eigentlich gar nichts und die haben halt dieses einschlafen ist halt ein bisschen nervig von denen unter 69 stark sind es gar nicht okay schieben ihren flügel hallo kiste ein genesungsring ich krieg immer select da gehen wir mal auf den beutel abwehr der nach und nachher wieder während sich der träger bewegt ok das könnte man mal gucken warte mal was machen wir mal nicht und zwar und zwar und sehr richtig ähm dann was haben wir hier ok und hier haben wir die träger intelligent aussehen das immer dem tier sein muss der macht natürlich ein bisschen mehr da ist